Hallo zusammen, ich begrüße euch aus Erfurt. Heute nun am Montag die letzte Trainingseinheit von mir vor dem großen Wettkampf am Sonnabend. Kniebeuge waren heute am Montag mit 55%, 2x3. Das reicht vollkommen aus, um die Muskeln fit zu halten bis zum Wochenende. Ich mache die erste Runde wie gesagt aus dem Training heraus. Eine Woche fehlt mir leider, da war ich krank gewesen und bis zur zweiten Runde mache ich dann ein gezieltes Wettkampftraining. Gut, das Kreuzheben, das fällt auch weg in dieser Woche, da 8-10 Tage vom Wettkampf kein Kreuzheben mehr durchgeführt wird bei mir. Bankdrücken bin ich mit 60% heute dabei gewesen, 2x3 und es wird alles ausgeführt ohne Pause und ohne Maximalversuche oder anderen Geschichten. So, wer nun Interesse hat, die erste Runde KDK Thüringen findet in Ilmenau statt und ich hoffe wir sehen uns alle dort. Dann bis Sonnabend.